Dies ist der heilige Ofenkäse live mit Breaking News. Und hat dort ein paar Zeichnungen und auch ein neues Video hochgeladen. Ein Video, wo er sich mit einem anderen Mann vergnügt. Das Video wurde tatsächlich schon vor zwei Wochen hochgeladen, aber ich habe da bisher noch niemanden gesehen, der das mitbekommen hat. Daher nochmal vielen Dank an die Twitter-Userin, die mir das geschickt hat, auch wenn ich mich frage, warum die sowas anschaut. Aber nun gut, ich blende euch auch mal einen Screenshot ein, den ich etwas zensieren werde und ihr könnt euch mal den Titel durchlesen. Ich werde ihn euch nicht vorlesen. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Ganz tief wirken. Ja, der Rainer. Wenn er nicht mal auf YouTube durchstarten kann, will er es nun hier versuchen. Dazu sei auch nochmal gesagt, er kann natürlich machen, was er will. Aber wenn er doch so gerne will, dass niemand mehr über ihn sprechen soll im Internet. Ja, warum präsentiert er sich dann mit solchen Videos jetzt wieder im Internet? Dann soll er es halt für seine Privatsammlung filmen und dann ist gut. Aber nein, Rainer sucht natürlich wieder das Rampenlicht und möchte sich präsentieren. Und an diesem Kreislauf, dass Rainer sich ins Internet stellt, dann über ihn geredet wird, er sich darüber aufregt, dadurch dann noch mehr über ihn geredet wird, wird sich auch nichts mehr ändern. Also meine lieben Freunde, ich hoffe ihr könnt trotzdem heute noch ein Auge zumachen. Und bis zum nächsten Video sage ich, Metal auf meine Freunde und ich gehe jetzt erstmal kotzen. Danke.